Hier siehst du noch einmal den Anfang der Melodie von Alle meine Entchen in Noten. Jede Note hat einen Buchstaben zum Namen. Die erste Note heißt C. Die zweite Note heißt D. Die dritte Note heißt E. Die vierte Note heißt F. Na, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Kennst du diese Buchstabenreihe schon und weißt, wie der nächste Buchstabe heißt? Richtig, G. Die aufsteigenden Noten sind nach dem ABC benannt. Wenn du das verstanden hast, weißt du jetzt auch, wie die Note vor dem C heißt. Richtig. B. Und die Note vor dem B? Genau. A. A, B, C, D, E, F, G. In Deutschland gibt es allerdings eine Ausnahme bei den Notennamen. Statt B heißt es H. Die Notennamen heißen also in aufsteigender Reihe A, H, C, D, E, F, G. lt D. B, G, D, E, F, G. B, D, E, F, G, D. B, S, D, E, F, G. Untertitelung des ZDF, 2020